Keine Zeit die Füße hochzulegen oder vielleicht brennende, trockene Füße. Meine Damen, meine Herren, da haben wir was für Sie von Vitalix Wellness. Und zwar unsere ganz besondere Light Legs Balm Creme mit CBD, die ich Ihnen jetzt gerne anbieten würde. Stärkt Ihre Venen und Ihr Bindegewebe und gleichzeitig kühlt und pflegt es brennende und trockene Füße. Das können Sie morgens anwenden, das können Sie abends anwenden, wie es Ihnen am liebsten ist. Hier sind nämlich Hanföl, Arnica, Rosskastanie und Eisenkraut alle mit vertreten. Und es pflegt, es schützt, es erfrischt und es belebt beanspruchte Füße und gleichzeitig auch die Beine. Und ich darf Ihnen die CBD Light Leg Balm Creme für 19,90 Euro anbieten. 75 Milliliter in der Größe. Zusätzlich habe ich noch eine fantastische Idee. Und zwar Einlagen aus echtem Leder. Einlagen in jeder Schuhgröße verfügbar. Einlagen, die Sie sich zuschneiden in Ihrer Größe und aufgepasst von Magnetics Wellness mit den Magneten schon inbegriffen. Liebe Damen, liebe Herren, passend für Ihre Schuhgröße mit antibakteriellem Kupfer, hautfreundliches Edelstahl, welches Sie hier bekommen, da können Sie es ganz deutlich und klar sehen. Und Sie gehen her und geben das einfach in Ihre Schuhe, ganz egal welche Schuhe, das können Straßenschuhe sein, das können tägliche Schuhe sein. Geben Sie das rein, das können Ihre Turnschuhe sein, Ihre Sportschuhe sein und Sie werden hier ein besseres Schuhklima bekommen. Das würde ich Ihnen gerne heute anbieten. Das haben wir da für 39 Euro. Sie wählen entweder die Größe 36 bis 40, Sie schneiden sich die ja zu, zu Ihrer Schuhgröße, oder die 41 bis Größe 47. Echtes Leder. Aber aufgepasst, ich habe noch ätherische Öle. Gerade für die, die es ganz besonders brauchen, für Beine, für Füße, für die Massage und für die Gelenke. Aktivierend und mobilisierend. 19 Euro, 10 Millimeter, wie Sie es hier gerade sehen, von Vitalix. Probieren Sie es gerne mal aus. Wenn Sie sagen, Sie würden sehr gerne unsere Creme probieren, zusätzlich möchten Sie gerne die Einlagen bekommen, dann bekommen Sie heute einen Sonderdeal, anstatt 58,90 Euro heute für nur 55 Euro. Sie sparen, Sie tun sich was Gutes und Ihre Füße freuen sich. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.